10 eindeutige Anzeichen dafür, dass du aus der Mittelschicht in den Reichtum aufsteigst Es ist einfacher zu erkennen, wann jemand aus der Mittelschicht aufsteigt, wenn du die Anzeichen kennst. Dabei geht es nicht nur um das Vermögen, sondern um eine komplette Überarbeitung deines Lebenskonzepts. Hier sind 10 klare Anzeichen dafür, dass du aus der Mittelschicht in den Wohlstand aufsteigst. Nummer 1. Verfügbares Geld ohne einen bestimmten Zweck zu haben Eines der ersten Anzeichen dafür, dass du dich auf dem Weg zum Reichtum befindest, ist, dass du über Geld verfügst, das du nicht für einen bestimmten Zweck verwendest. Wenn du deinen Notgroschen und deinen Investitionsplan erstellt hast, wirst du feststellen, dass du über zusätzliches Geld verfügst, das du verwenden kannst. Wenn der Druck, es zu verwenden, abnimmt, wirst du offener für gute Gelegenheiten. Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass vielen Menschen die Mittel fehlen, um diese Chancen zu ergreifen. Nummer 2. Du verdienst mehr Geld mit deinem Vermögen als mit deinem Job Wenn dein Vermögen mehr Geld einbringt als dein Job, ist das ein klares Zeichen für Wohlstand. Das bedeutet eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise, wie du Geld verdienst. Investitionen wie Immobilien, Aktien oder ein Nebengewerbe beginnen für dich zu arbeiten. Du erkennst, dass dein Geld die Kraft hat, sich selbst zu vervielfachen und brichst den traditionellen Kompromiss zwischen Zeit und Geld auf. Das ist der Moment, in dem der Traum von finanzieller Freiheit Wirklichkeit wird. Es ist ein ermutigendes Gefühl zu wissen, dass du für deine finanzielle Sicherheit nicht nur auf deinen Job angewiesen bist. Diese Unabhängigkeit unterscheidet die wirklich Wohlhabenden von der Mittelschicht. Nummer 3. Geld ist nicht länger ein emotionaler Auslöser Auf dem Weg von der Mittelschicht zum Wohlstand passiert etwas Aufregendes. Geld ist kein Stressauslöser mehr, sondern wird als wertvolles Werkzeug betrachtet, anstatt eine tägliche Sorge zu sein. In der Mittelschicht kann sich Geld wie ein ständiger Kampf anfühlen, Rechnungen bezahlen, für die Zukunft sparen, jeden Monatslohn zusammenkratzen. Wenn du jedoch Vermögen anhäufst, ändert sich deine Sichtweise. Du nimmst deine Finanzen in die Hand, anstatt sie dein Leben bestimmen zu lassen. Es geht nicht mehr nur darum, über die Runden zu kommen, sondern darum, strategische Entscheidungen für Wachstum und Stabilität zu treffen. Dieser Perspektivwechsel gibt dir ein Gefühl der Ruhe und Kontrolle. Du kannst jetzt finanzielle Entscheidungen treffen, die auf einer Strategie beruhen und nicht auf dem bloßen Überleben. Es ist ein bemerkenswerter Übergang vom reaktiven zum proaktiven Umgang mit Finanzen. Diese neu gefundene Ruhe ist wirklich einer der ultimativen Vorteile, wenn man sein Vermögen vermehrt. Nummer 4 Du gibst der Zeit den Vorrang vor dem Geld. Anfangs tauschen viele von uns ihre wertvolle Zeit gegen Geld ein, indem sie stundenlang arbeiten, um einen Monatslohn zu verdienen. Doch die Wohlhabenden erkennen, dass Zeit der ultimative Schatz ist, viel unbezahlbarer als jede Menge Geld. Du fängst an, dich darauf zu konzentrieren, dass jede Sekunde zählt, um maximale Wirkung und Rendite zu erzielen. Das kann bedeuten, dass du Aufgaben delegierst, in zeitsparende Systeme investierst oder einfach Aktivitäten auswählst, die mit deinen langfristigen Zielen übereinstimmen. Es geht darum, dein Leben so zu optimieren, dass jede Stunde für dein Wachstum, dein Glück und deinen Erfolg genutzt wird. Diese Veränderung ist wirklich tiefgreifend. Es geht nicht nur darum, finanzielle Gewinne zu erzielen, sondern auch darum, ein Leben zu gestalten, indem du deine Zeit damit verbringst, dein eigenes Leben und das Leben der Menschen um dich herum zu bereichern. Die Erkenntnis, dass nicht Geld, sondern Zeit der wahre Schlüssel zu einem erfüllten Leben ist, ist ein klares Zeichen dafür, dass du dich von einer Mittelklasse-Mentalität zu einer wohlhabenden Mentalität entwickelt hast. Nummer 5. Du hast mehr Vertrauen in deine finanziellen Entscheidungen. Am Anfang können sich finanzielle Entscheidungen überwältigend und unsicher anfühlen, voller Ungewissheit und im Vertrauen auf traditionelle Weisheiten oder den Rat anderer. Jede Entscheidung, die du triffst, birgt ein gewisses Risiko. Doch mit der Vermehrung deines Vermögens wächst auch dein Finanzwissen. Du hast bereits die Folgen verschiedener Entscheidungen erlebt, aus Erfolgen und Misserfolgen gelernt und ein tieferes Verständnis für die Finanzwelt gewonnen. Diese Erfahrung stärkt dein Selbstvertrauen und ermöglicht es dir, deinem eigenen Urteil zu vertrauen und dich mit Leichtigkeit durch komplexe Finanzlandschaften zu bewegen. Du kannst viel über die finanziellen Entscheidungen einer Person sagen, wenn du dich mit ihnen wohl fühlst. Nummer 6. Du arbeitest mehr für dich selbst und weniger für andere. Eines der deutlichsten Anzeichen dafür, dass du von der Mittelschicht zu den Wohlhabenden aufsteigst, ist eine Veränderung deines Arbeitsschwerpunkts. Du arbeitest nicht mehr in erster Linie für die Visionen oder Ziele anderer, sondern mehr für dich selbst. Das zeigt sich oft darin, dass du deine eigenen Projekte und Unternehmen gründest und daran arbeitest, anstatt dich auf einen traditionellen Arbeitsplatz zu beschränken. Diese Veränderung bringt einen erheblichen Zuwachs an Autonomie und Kontrolle über dein Berufsleben mit sich. Es geht darum, die Verantwortung für deinen eigenen Erfolg zu übernehmen. Indem du wichtige Entscheidungen triffst und die Richtung deiner Arbeit bestimmst, bist du nicht mehr nur ein kleiner Teil eines größeren Systems. Du wirst zum Mastermind deines eigenen beruflichen Schicksals. Bei diesem Wandel hin zu einer selbstbestimmten Arbeit geht es nicht nur um finanzielle Unabhängigkeit, sondern auch darum, persönliche Erfüllung zu finden. Es gibt ein tiefes Gefühl der Befriedigung und der Erfüllung, wenn du etwas Eigenes schaffst, wenn du siehst, wie deine Ideen und deine harte Arbeit in etwas Greifbares und Erfolgreiches umgesetzt werden. Nummer 7 Du triffst bessere Entscheidungen für deinen Lebensstil Wenn du von der Mittelschicht zu einem wohlhabenderen Status aufsteigst, wirst du feststellen, dass sich dein Lebensstil ändert. Du fängst an, bei deinen Entscheidungen dein langfristiges Wohlbefinden und Glück in den Vordergrund zu stellen. Du wirst dich zum Beispiel für ein Haus und einen Ort entscheiden, die dir eine bessere Lebensqualität bieten, auch wenn sie nicht die prestigeträchtigsten sind. Deine Einkäufe werden überlegter und konzentrieren sich auf Langlebigkeit, Nützlichkeit und die Freude, die sie dir bringen, statt nur auf den Status. Du fängst an, in lebensbereichernde Erfahrungen zu investieren, wie zum Beispiel Reisen und das Erlernen neuer Fähigkeiten, anstatt materielle Besitztümer anzuhäufen. Dieser Wandel hin zu einem klügeren Lebensstil spiegelt die Erkenntnis wider, dass wahrer Reichtum mehr ist als nur finanzieller Wohlstand. Es geht darum, ein Leben voller vielfältiger Erfahrungen, guter Gesundheit und persönlicher Entwicklung zu führen. Es geht darum, dein Vermögen mit deinen Grundwerten in Einklang zu bringen und ein Leben zu führen, in dem jeder Aspekt, von deinem Wohnort bis hin zu deiner Freizeitgestaltung, zu einem unglaublich erfüllten Leben beiträgt. Nummer 8 Langfristig bekommt eine ganz andere Bedeutung. Langfristig bezieht sich jetzt auf Jahrzehnte und nicht mehr nur auf Monate oder Jahre. Dieser Perspektivenwechsel ist nur möglich, wenn du die wahre Macht der Zeit erlebt hast. Wenn du dein Vermögen aufgebaut und sein Wachstum miterlebt hast, verstehst du, welche bemerkenswerten Erfolge die Zeit bringen kann. Du gewinnst den Vorteil von Geduld und Stabilität, sodass du keine übereilten Entscheidungen treffen musst und dich ausschließlich auf das konzentrieren kannst, was wirklich wichtig ist. Wenn du weißt, dass du diese Mittel in absehbarer Zeit nicht brauchst, kannst du getrost einen beträchtlichen Betrag in etwas investieren, das Jahrzehnte überdauern soll. Nummer 9 Dein Netzwerk verändert sich Wenn du von der Mittelschicht zu größerem Reichtum aufsteigst, ist eine wichtige Veränderung die zunehmende Bedeutung deines Netzwerks. Während das Netzwerk vieler Menschen aus Freunden besteht, mit denen sie sich auch außerhalb der Arbeit treffen, entwickelt sich deines zu einer Gruppe von Personen mit großem Einfluss und wertvollen Einblicken. Dieses Netzwerk kann jedes neue Projekt, das du in Angriff nehmen willst, erheblich beschleunigen. Und hier ist die ehrliche Wahrheit. Geld mag die Welt antreiben, aber es sind die Menschen, die die Richtung bestimmen, in die sich die Welt bewegt. Und Nummer 10 Mehr Fokus auf Gesundheit und Wellness Wenn sich deine finanzielle Situation verbessert, wirst du anfangen, Gesundheit und Wellness als Investitionen und nicht als Verpflichtungen zu sehen. Dieser Perspektivwechsel bedeutet, dass du Aktivitäten wie regelmäßigem Sport, gesünderer Ernährung und sogar Wellnesskuren oder Personal Trainern mehr Bedeutung beimisst. Denk daran, dass dein Geist und dein Körper dein größtes Kapital sind, nicht nur dein Bankkonto. Während Reichtum dir die Mittel an die Hand gibt, um die besten Entscheidungen für deine Gesundheit zu treffen, spiegelt die Priorisierung deines Wohlbefindens ein tieferes Verständnis dafür wider, wie wichtig Gesundheit für ein erfülltes Leben ist. Es ist ein Zeichen dafür, dass du nicht nur in finanzieller Hinsicht reicher wirst, sondern auch in Bezug auf deine Lebensqualität. Und natürlich haben wir einen besonderen Bonus für diejenigen unter euch, die das Video bis hier angesehen haben. Du wirst ein Meister der Selbstdisziplin. Motivation und Selbstdisziplin dienen demselben Zweck, nämlich dich zum Handeln anzutreiben. Doch während Motivation flüchtig wie ein Windstoß sein kann, ist es die Selbstdisziplin, die dich weitermachen lässt, auch wenn die Motivation nachlässt. Ehrlich gesagt haben wir noch niemanden getroffen, der sich ausschließlich auf Motivation verlässt, weil sie zu unberechenbar ist. Sie ist auf lange Sicht nicht verlässlich. Sicher, du kannst dich und andere für einen relativ kurzen Energieschub motivieren, indem du dir einmal ein Motivationsvideo ansiehst, aber das wird dich nicht dazu bringen, die nächsten zwölf Monate jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen. So funktioniert das einfach nicht. Der einzige Weg, die Beständigkeit aufrecht zu erhalten, ist Disziplin. Und es ist ein klares Zeichen für große Fortschritte, wenn Disziplin zur zweiten Natur wird. Wir hoffen, du hast heute wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Vielen Dank fürs Zuschauen! Vielen Dank fürs Zuschauen! Vielen Dank.